Kürzlich wurden zwei Frauen in einem Einkaufszentrum in Lugano von einer Täter angegriffen. Dabei wurde eine Frau massiv mit einem Messer am Hals verletzt. Man musste sie ins Spital bringen. Die Angreifende konnte im Laden noch zurückhalten werden. Die Polizei, die rasch eingetroffen ist, nahm sie fest. In der Zwischenzeit weiss man, dass es sich bei der Täterin um eine 28-Jahre-alte Konvertitin handelt. Sie verliebte sich im Jahr 2017 in einen IS-Kämpfer. Sie wollte nach Syrien zu ihm reisen. Sie wurde dann an der Grenze durch Syrien festgenommen. Man hat sie in die Schweiz zurückgeschafft. Die Bundesanwaltschaft leitete dann kein Strafverfahren gegen sie eingeleitet, obwohl die Jihad-Reisen verboten sind. Man hat sie dann aber in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, weil man gesehen hat, dass sie psychische Probleme hat. Aufgrund dieser Situation, die ich heute nach dieser Daten in Lugano gewisse Mainstream-Medien wieder sage, das ist ja gar nicht so schlimm. Sie relativieren es. Sie sagen, das sei eine kranke Person. Das sei gar nicht eine richtige islamistische Terroristin. Ich möchte einmal etwas erklären im Zusammenhang mit der Enthauptung der leeren Partei in Frankreich. Ebenfalls durch islamistische Verbrecher. Wenn Sie eine Person enthauptet werden, dann ist das nicht wie jemand herumbringen mit einer Schusswaffe auf sicherer Distanz. Sondern Sie müssen ganz nah an Ihr Opfer ahnen als Täter. Sie müssen einen Schnitt feiern durch den Hals. Das Blut fliesst. Diese Person wehren. Diese Person beginnt zu röcheln. Sie müssen ganz massiv schneiden. Sie müssen nicht nur die Kehle und den Hals, sondern Sie müssen die Halswirbel auch noch trennen. Dabei stellt sich eine Frage, kann jemand überhaupt psychisch gesund sein, der so einen Straftat begibt? Darum ist es eigentlich müssig, wenn man jetzt immer wieder die psychische Gesundheit oder die psychische Erkrankung in den Vordergrund stellt. Sondern es geht darum, dass man jetzt ein Strafverfahren gegen diese Person durchfeiert. Und es geht auch um die Sicherung von solchen Leuten, denen der Schutz der Bevölkerung steht ganz weit oben und wird manchmal leider vernachlässigt. In einer der nächsten Schweizer Zeiten werde ich noch eingehend auf dieses Thema eingehen. Vielen Dank.